Kann ich vielleicht irgendwas, wenn ich da jetzt hochgehe, nur mal so geraten? Hops. Und hops. Und hops. Kann ich vielleicht. Das ist natürlich super. Also das wird 100 pro nicht funktionieren. Das Nudelholz von oben herunterwerfen. Das wird nicht klappen. Ja, meine Hoffnung zerbröseln. Überreste, Mauerstein, 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 in die Ruine, Schrofeline. Scheiße. Ich fühle mich gerade so ein bisschen gestrandet. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich habe jetzt gerade... Dann kommt der Dicke bestimmt gleich wieder mit. Oh. Kommt er nicht? Niktarinenbeet. Hm. Steve wird nicht merken, wenn ein paar fehlen. Er merkt ja nicht mal, dass er seit Jahrzehnten mit sich selbst redet. So. Niktarinenstrauß. Den können wir vielleicht irgendwie zermalmen oder verreiben. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay. Vielleicht machen wir das später mal. Ein Springseil nehmen wir mit. Natürlich. So. Und vom goldenen Teppich ein wenig. Ach, ein wenig. Ja. Das war sehr wenig. Können wir mit dem... Können wir die Tickets am goldenen Teppich reiben und die werden gold? Nein. Schade. Der Teppich färbt nicht ab. Das wäre auch zu einfach gewesen, Freunde. Mit der großen Tür kann man natürlich jetzt hoffentlich einen Kek... Aber ein Keksschlüssel kann ja nicht funktionieren. Hm. Sie ist fest verschlossen. Und Steve hat einen Schlüssel auf seiner Theke. An den wir aber vielleicht erst mal nicht rankommen oder den wir austauschen müssen. So. Mit der Reibe jetzt vielleicht am Schild rumreiben. Ja. Ja. Ritze, ratze, ritze, ratze. Äh. Das hat nicht ganz geklappt. Mist. Wir haben noch nichts gekriegt. Vielleicht mit dem goldenen Teppich. Nein. Ich möchte... Achso. Entschuldigung. Er möchte den hübschen Teppich nicht ruinieren. Mit der Quaste. Mit der Quaste kann ich dem Rost nichts anhaben. Genauso wenig könnte man Laura mit einem Wollknäuel aufhalten. Wer weiß. Vielleicht wäre das ein verspieltes Kätzchen plötzlich. Springseil. Laura. Naja. Nein. Das war nur geraten. Ähm. Laura, koch doch mal was Schönes. Naja. Nein. Das wird nicht funktionieren. Reibe. Reibe, Reibe. Wir haben die Niktarinen. Haben wir auf jeden Fall schon mal da. Kristallzucker. Woher kriegen wir den? Die Pilze für die Ohrenstöpsel brauchen wir wahrscheinlich dann doch nicht mehr. Ich guck nur mal ganz kurz ins Backbuch. Für 1a Weichkekse benötigt man eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Niktarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Mehl. Wenn man mehr Mehl nimmt, werden die Kekse natürlich härter. Unser Problem ist, wir haben kein... Ach, vielleicht Steinmehl. Das wird nicht klappen. Alter, Steinmehl! Das wird... Können wir mit dem... Ich lass es lieber. Wenn ich sie kaputt mache, ist das wie... Körperverletzung. Okay, Steinmehl klappt nicht. Und ja, wir wollen ja die alten Aspose ja nicht... Die alten Aspose ja nicht abreiben. Und das klappt nicht mit der Reibe, obwohl es eine Animation dafür gibt. Das hat nicht ganz geklappt. Es gibt eine Animation dafür. Das heißt, es ist eigentlich schon richtig... Das könnte Spaß machen. Reibe. Das war doch... Natürlich war es geraten. Nein. Reibe hier. Das mach ich nicht. Ach, du könntest den Teppich aufdröseln. Das wäre doch super. Oder Springseil. Das könnte... Springseilschild. Das wird... Ich... Man merkt bereits, ich... Huch... Mit dem Springseil... Können wir vielleicht die Aspose hier? Ich glaube nicht. Und wenn ich jetzt hier... Das scheint nicht zu klappen. Okay. Ja, nun... Tja, also... Es ist eine vertragte Situation. Weiß die Laura vielleicht noch irgendwas? Tatsächlich. Ach nee, ablenken. Geht der gerade nicht? Kannst du ihn nochmal ablenken? Mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Aber siehst du ihn hier irgendwo? Nee. Leider nicht. Also zum Glück nicht. Wir haben jetzt aber alles genommen, was geht. Und jetzt müssten wir nochmal nach draußen begleiten. Dazu müssten wir ihm bestimmt die Tickets zeigen. Dann kommt er mit raus. Draußen können wir eh nichts machen. Da müssen wir später noch irgendwie von dem Schild irgendwas abdröseln. Ich weiß aber noch nicht genau was. Allerdings weiß ich auch nicht, was ich jetzt mit dem Nektarinen-Zeugs machen soll. Vielleicht in die Teigmaschine. Wir probieren es mal aus. Einfach mal. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen... Ja. Was? Du hast... Ja, haben wir. Dann möchten Sie... Bitte folgen Sie mir. Hm. Hm. Vielleicht muss er den Keksschlüssel nehmen. Dann später. Wahrscheinlich ja. Und jetzt müssen wir ihn ablenken lassen. Tup, 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 tup. Hey, Laura. Ich frage mich, wem das Springseil gehört. Kannst du ihn nochmal ablenken? Naja, mit den... Viel Glück. Alles klar. Spargel... Spargel... Faszinierend. Spargelkeks. Ach, ich... So, mal gucken. Was sind das überhaupt für Pilze, die wir mitgenommen haben? Ach, das sind die Ohrpilze. Das stimmt. Ich wollte jetzt nochmal gucken, aber... So, kann ich die einfach in die Rührschüssel packen? Geht das? Offenbar schon. Kurbel benutzen. Rührschüssel. Mehl, Kristall, Zucker. Mehl, Kristall, Zucker und Schokosplitter. Und die Zutaten müssen natürlich hart sein. Splitter. Splitter. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Ach. Ist ja süß. Okay. Bringt uns aber momentan nicht wirklich viel. Mit Farbmotten. Farbmotten. Damit kann man Stoffe einfärben. Stoffe einfärben. Ast. Ein goldener Teppich. Und jetzt mal ganz kurz rüber gehen. Mal gucken, was mit dem Teppich passiert. Offenbar nicht sehr viel. Huch, wir haben ja den Nektarinenstrauß immer noch dabei. Sehr eingefärbt. Sieht der Teppich jetzt aber nicht aus. Ast. Der Teppich passt da gut hin. Ja, finde ich auch. Aber ich weiß nicht genau. Quaste. Naja. Kann man den Staub nicht vom Teppich holen dann? Oder müssen wir da irgendwas drauf schmieren, damit er klebriger wird? Vielleicht... Wir können den Teppich gar nicht mehr benutzen. Warum haben wir da hingegangen? Ich weiß es nicht. Ast. Springseil. Ast. Das könnte... Wir können also keine Schaukel aufhängen. Nektarinenstrauß. Das bringt alles gar nichts. Das war doch... Ja, natürlich ist es geraten. Komm, hier. Schöne Frau. Einen Blumenstrauß für euch. Oh, Schätzchen. Wie süß von dir. Aber ernsthaft. Willst du mich umbringen? Weißt du nicht, dass ich allergisch auf Blumen bin? Äh, worauf bist du denn nicht allergisch? Auf dich. L-L-Laura? Uh. Rrrrrrrrr. Meine kleine Puderquaste. Das könnte... Okay. Blumen schenken bringt also gar nichts. Vielleicht ist sie nicht allergisch auf Springenseile. Das könnte... Baaah. Fosfos. Das war doch jetzt... Mann, hör auf. Vielleicht mag ein Fosfos Blumen. Warum sollte ich das tun? Vielleicht mag es Blumen. Backbuchquaste. Alter, ich komme mir echt... Jetzt habe ich den Teppich aufgehangen, aber der ist nicht mal anklickbar. Was soll ich denn jetzt machen damit? Hier, komm, Farbmotten, dann geht mal ganz kurz da rüber. Hui! Da sehen sie Gold aus, sind ja drüben grün, aber hier drüben kann ich nichts aufhängen. So, hüpfe ich hier mal rüber. Phosphos. Okay. Hätte klappen können, aber natürlich nicht. Haben wir ja schon mal probiert. Jetzt, ähm... Ist ja immer noch nicht eingefärbt. Das war's doch vorher schon, du Eumel. Und wenn ich jetzt die Gästeausweise da runter segeln lasse? Das kann ich nicht verwe- Jaaaa... Ast? Das mach ich nicht. Mann, sei doch nicht doof, du Eumel! Und wenn wir hier oben Flöte spielen? Passiert gar nichts. Nur die Augenleuchte von dem Symbol. Und auf dem Mauerrand können wir nicht wirklich weit gehen. Nur hier so ein bisschen rum... Huch, sein Bein hinkt rüber. Oh, ich glaub da ist ein kleiner Grafikfehler. Liegt natürlich daran, dass ich immer noch die Preview-Version spiele. Wer weiß, ob's in der Retail nicht schon behoben ist. Und außerdem, wir haben ja nichts gesehen. Das muss so. Der hing da mit dem Bein rüber. Das ist einfach so ein legerer Typ. So, wenn wir das Phosphos jetzt auf die andere Seite scheuchen. Warte, ich geh mal hier rüber. Hui! Da ist es grün. Okay, wir haben den Teppich aufgehangen. Dadurch sind die Farbmotten Gold geworden. Glauben, alter! Glauben kannst du in der Moschee. Okay, dann geh ich nochmal da rüber. Phosphos! Tickets! Tja... Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Nein, ich habe keinen Durst. Ich möchte jetzt keinen Sport machen. Alter, der ist ja nur am Quengeln. Kann man die hier nicht irgendwie... Wie soll das funktionieren? Ich weiß es doch auch nicht. Hier auf den Astpinnen wäre schön. Das war doch... Das wird... Der Typ bringt mich einfach zur Verzweifelung. Sie sind immer sofort weg, sagt er. Wir müssen die also irgendwie... Sodass die nicht vor uns wegfliegen müssen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ich weiß aber nicht wie. Die Mauersteine nach außen kloppen. Von oben bringt das ja nur auch nichts. Und es hat nichts gebracht, dass wir die... Bis jetzt hat es nichts gebracht, dass wir da oben hin können auf dem Mauerrand. Ähm... Mann... Ich bin verzweifelt. Ich frag mich, ob der Rumpel hier an der Stelle schneller weiterkommt. Da spielt er parallel. Und äh... Ich weiß nicht genau, ob der hier schneller weiterkommt. Da bin ich äh... Kann natürlich gut sein. Da bin ich deprimiert, wenn der das schneller schafft. Oder... oder... sich ihm diese Logik schneller erschließt. Äh... Kristall... Kristallzucker... So... Könnte auch ne Torte sein hier. Da ist Niktarinensaft drin. Es fehlen noch Mehl, Kristallzucker und Schokosplitter. Ich... ich frage mich wirklich, wo ich das herkriegen soll. Zutaten sind alle leer. Das wäre auch zu einfach gewesen. Mauerrand. Der Mauerrand wird sich bestimmt nachher noch erschließen, wozu wir den brauchen. Der Dschungel war so... war so schön logisch, wo wir grad waren. Der... der... der Dingenswald. Der Wurzelwald. Aber hier ist das so... Ich bin so verzweifelt. Mit dem goldenen Teppich werden die Gold. Und ich muss die Gästeausweise irgendwie golden kriegen. Oder ich muss den Schlüssel irgendwie... Weiß ich nicht. Reibe... Ach, geht da nicht mehr an den Teppich? Das war doch... Ja natürlich, weil... Weiß ich auch nicht. Den Strauß an den Ast ging auch nicht, ne? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mauerstein, Überreste. Bis jetzt bin ich echt super klar gekommen. Ich glaube... Aber so langsam... Das wird nicht... Gehen mir die Ideen aus. Und ich fürchte... Das wird nicht... Ich fürchte, ich muss... Ich muss wirklich mal ne richtige Aufnahmepause machen. Eben grad war ich ja nur an der Tür. Also... Ist jetzt auch schon 2-3 Folgen her, glaube ich. Ähm... Aber ich glaube, ich muss mal ne richtige Aufnahmepause machen. Damit ich hier vielleicht wieder ein paar andere Anläufe oder ein paar neue Anreize kriege. Während ich spiele, ist das Spiel ja auch noch nicht draußen. Also selbst wenn ich wollte, ich könnte nirgends gucken. Weil immer wenn ich ne Aufnahmepause meine Adventure machen, wenn ich nicht weiterkomme, denken die Leute sofort... Ja, der guckt sofort in die Komplettlösung. Aber das mach ich natürlich nicht. Denn ich will mich auch selber nicht spoilern. Das wäre schön doof. Deswegen... Häng ich auch mal 50 Folgen an so nem Ding. Niktarinstrauß. Den haben wir immer noch. Den brauchen wir also noch. Für 1a Weichkekse benötigt man ein Kilometer... Äh... Das wissen wir natürlich alles. Okay, Freunde. Ich mach echt mal nochmal ne Aufnahmepause. Jetzt mal ne richtige. Und dann gucken wir später mal weiter. Vielleicht fällt mir dann mehr ein. Weil ich weiß... Schokosplitter, ganz ehrlich. Selbst im übertragenen Sinne. Kristallzucker. Und ich weiß nicht. Sollen wir ein Schütt... Also die Rührschüssel. Wir müssen ja irgendwas backen. Und ich habe das Gefühl, die Schatulle ist dann später die Backform. Wir sollen also irgendwie einen Schlüssel backen. Da müssen wir uns hier vielleicht irgendwie verstecken. Oder... Keine Ahnung. Ich bin sicher, wir werden es noch rausfinden. Aber das wird nicht mehr heute passieren. Zumindest nicht mehr in dieser Aufnahme. Also sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Wenn es wieder heißt... The Inner World. Ein wunderschönes Spiel bis jetzt. Ich freu mich schon, wie es weitergeht. Wenn ich endlich hoffentlich irgendwie... Irgendwie weiterkomme. So. Bis später. Bis dann. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.